12. Juli 82, Commissario Ballistreri. Wir sind alle geschockt vom Zustand der weiblichen Leiche. Die Brutalität, mit der die Tat verübt wurde, ist unvorstellbar. 25. Juli 82, Commissario Ballistreri. Die Ermittlungen blieben erfolglos. Die Akte wird geschlossen. 25. Dezember 2005. Ein neuer Frauenmord. Das Tatmuster kommt mir bekannt vor. Es muss eine Verbindung zum Fall Vatikan geben. Du bist das Böse. Von Roberto Costantini.